Hi Leute, willkommen bei Kawu und heute zeige ich euch meine komplette Warhammer-Armee. Ich zeige euch natürlich nur die, die ich auch wirklich spiele, und zwar die Ultramarines. Wir werden das weitere mal in irgendeinem anderen Video zeigen, was ich sonst auch für Miniaturen besitze. Ja, also geht's los, viel Spaß mit dem Video und jetzt kommt das Intro. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich fange erstmal damit an, dass ich die gesamte Armee vorstelle und später zeige ich dann noch ein paar einzelne Sachen. Also erstmal hier, das sind meine Intercessoras. Ich habe hier einmal 10 Stück, was ist das hier mit Stalker-Boltgewehr, dann habe ich hier nochmal 10 Stück. Da hat der Sergeant eine Flammenpistole, das ist meine Sturmeinheit, die haben alle Sturmbolter. Dann habe ich hier noch, ach naja, okay, hier sind noch die 10, das sind von meiner eigenen Einheit die Scornstrikers. Ich erkläre das alles später nochmal, also auch nochmal 10 Intercessors. Dann haben wir hier 5 Intercessors, der Sergeant hat ein Energieschwert und was haben wir denn hier? Normal, also Schnellfeuer, Schnellfeuer. Der hat den Unterlaufgranatwerfer, der jetzt Astatisgranatwerfer heißt, mit Stalker-Gewehr. Stalker-Gewehr und er hat nochmal Schnellfeuer. Dann haben wir hier noch ein 5er-Team und hier das Besondere ist, dass der Sergeant einen auswechselbaren Arm hat, falls ich mal Lust auf einen Energiehammer habe. Und ich glaube, das ist alles Schnellfeuer. Ich gucke mal, Schnellfeuer, ja, sind alles die Schnellfeuer-Bolter. Dann habe ich nochmal ein 5er-Team, die auch wieder verschiedene Waffen haben. Da habe ich hier einmal Schnellfeuer. Der hat Schnellfeuer, Stalker, Schnellfeuer und Stalker, ne? Ne, nochmal Schnellfeuer, okay, ein Stalker-Gewehr. Ja, dann habe ich hier noch 2 Männchen rumstehen. Ich habe noch so viele Intercessors, also die fliegen überall rum. Ja, und dann hier noch meine neuen Intercessor-Veteranen. Ja, die gibt es ja ab jetzt im neuen Kodex. Darf man Veteranen haben, ihr müsst einfach nur die ein bisschen umfärben und dann geht das schon. Der hat nämlich jetzt eine Plasma-Pistole und einen Energiehammer. Und das Besondere ist, jetzt darf man auch die Kettensägenschwerter bei den Intercessors mit beipacken. Dann zählen die natürlich nicht mehr als Standard. Das müsste dann Elite sein. Und die kosten ein paar Pünktchen mehr. Ich glaube, 2 Punkte oder so. Ich will nicht falsch was sagen. Kosten halt ein bisschen mehr. Haben einen Angriff mehr und irgendwie noch was. Da habe ich jetzt einen mit Kettensägenschwert mit beigepackt. Dann mit dem Energiehammer habe ich guten Nahkampf. Und die hier haben einen schönen Fährkampf mit dem Schnellfeuer-Bolter. Ist da ein Stalker mit bei? Ach nee, ein Sturm ist da noch mit bei, genau. Was bringen die? Ich habe mir gedacht, wenn ich ein größeres Team habe mit vielen Intercessors, dann sind die ja meistens immer schön auf Fernkampf, aber im Nahkampf sind die nicht so besonders. Da habe ich mir gedacht, packe ich lieber ein Team da mit bei, die halt ein bisschen Nahkampf haben. Da denke ich mir so, wie auch immer, Astatiskettenschwert, keine Ahnung. Und ein Energiehammer reicht, um das so ein bisschen zu beschützen. Plus natürlich den Helden, der dann da auch mit bei stehen wird. Glimmet zum Beispiel. Ja, das sind meine Intercessors erstmal gewesen. Okay, kommen wir zu den nächsten. Ach, und falls ihr wissen wollt, wie das funktioniert mit Magnetisieren und so weiter, dass der Arm an und ab geht, dann guckt doch einfach mal in die Videobeschreibung, da verlinke ich das. Ja, kommen wir zu den nächsten. Ich habe hier einfach mal ein paar Einheiten hingestellt. Fangen wir mit den Reavers an. Ich weiß, die heißen jetzt anders. Ich nenne sie Reaver. So, hier sind meine Reaver. Ganz normal, ohne diesen Enterhaken und so weiter. Ein ganz billiger Fünfer-Trupp, der aus Easy-to-Wild-Figuren besteht. Dann habe ich hier meine zwei Dreadnoughts, der Ehrenwürdige Ehrenwerte. So heißt er jetzt ja neu, der Ehrenwerte Dreadnought mit Zwillingslaser und ja, der normale Dreadnought hier mit einem Sturmgewehr, wie auch immer. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil die Namen sich andauernd ändern. Dann habe ich hier meine Inceptors, ich glaube die heißen auch wieder anders, wer weiß, drei Inceptors mit dem Sturm-Bolter, meine Suppressors, auch drei Stück, natürlich im Design von den Scornstrikers. Dann haben wir hier zehn Hellblaster, der Chef mit einer Plasma-Pistole, nochmal zehn Hellblaster, da kann ich mir aussuchen, ob er eine hat oder nicht. Man sieht sie halt nicht, der ist ganz schick mit so Hörnern. Ich zeige euch die Figuren dann auch einmal wieder vom Nahen. Ja, dann habe ich hier nochmal fünf Hellblaster, auch wieder einen mit Plasma-Pistole. Und hier haben wir meine kleinen Lieblinge, Zenturion Devastor Squad oder wie auch immer die Zenturions. Beim Thema Zenturion hier vorne ist noch so ein Zehner, beziehungsweise zwei Fünfer-Teams von den Devastoren. Die sind auch ganz cool. Ja, wenn ich das jetzt sagen soll, ich habe zweimal Laser, zweimal Plasma, zweimal Raketenwerfer und zweimal schweren Bolter. Und dann halt der Sergeant, wo ist der andere Sergeant? Sind das zehn Stück? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist der Sergeant. Wo ist der andere Sergeant? Ich glaube, das ist der hier mit dem Melter, weil ich den Melter nämlich nur einmal habe. Vielleicht habe ich es auch als Zehner gebaut. Ist ja egal. Auf jeden Fall, die habe ich noch mit einem Chirub. Kleinen Engelchen dabei. Ja, da habe ich die nächsten. Wir fangen mit den Aggressors an. Ich habe fünf Stück. Ich hatte eigentlich sechs. Ist klar, zwei Dreier-Teams, aber irgendwie fehlt einer. Ja, die zwei Sergeants habe ich noch. Ich habe mit denen keine guten Erfahrungen gemacht. Die sind immer, bevor sie angegriffen, also bevor sie angreifen konnten, gestorben. Die wurden jedes Mal vorher weggeschossen. Ja, falls ihr damit bessere Erfahrungen habt und kein Selemander-Spieler seid, nein, dann lasst mich da einfach mal wissen. Ich finde die absolut grausam. Auch gar nicht schlimm, dass einer fehlt. Gut, kommen wir zu den Elevinators. Da habe ich einmal drei Stück mit Lasergewehr und einmal die mit dem normalen Gewehr. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Naja, die sind total top. Habe ich super Erfahrungen mit und kosten auch nicht so viele Punkte. Ja, die Aggressors werden eigentlich durch den Gravis-Captain hier angeführt. Naja, gut, der kann auch alles andere anführen. Das ist einfach eine super Einheit. Der, muss ich sagen, eigentlich alle normalen Captains, egal welchen, verdrängt hat. Er ist einfach der Beste. Naja, ich sag mal in Linie halten. Da fehlt mir nämlich noch der Phobos-Captain. Sein Talent, sich gut zu verstecken, hat geklappt. Der Phobos-Captain, der begleitet nämlich schön die Eliminatoren und natürlich andere Phobos-Einheiten. Und hier ist der normale Captain, der halt, ja, nicht wirklich gut ist gegen den Gravis. Aber er ist halt günstiger und deshalb wählt man vielleicht ihn. Dann habe ich noch ein paar Captains. Einmal den Captain in Terminator-Rüstung mit einer Energiefaust und einem Handgelenkranat, wer war, glaube ich, und einem besonderen Ex-Terminator-Schwert. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Meisterhaftes Energieschwert. Dann habe ich noch den Kataphrakti-Terminator-Captain, der nicht mehr Kataphrakti-Terminator-Captain heißt, sondern er ist ein Terminator-Captain, so wie der da. Yeah. Ja, und hier hinten haben wir die Tartaros-Einheit. Fünf Tartaros-Terminatoren. Entschuldigung, ich meine Relikt-Terminatoren. Und hier die, ich über alles liebe Kataphrakti-Terminatoren. Entschuldigung, ich meine auch Relikt-Terminatoren. Ja, das ist alles das Gleiche, obwohl es eigentlich unterschiedliche Einheiten sind. Aber danke, Warhammer, dass du, weil das sind so viele, das sind so viele Einheiten, die in dem Buch stehen. Danke, dass ihr das ein bisschen kleiner gemacht habt, ne. Ich finde es zwar nur ein bisschen komisch, dass jetzt der Gladiator-Panzer und der neue Storm-Speeder, dass die jeweils drei Seiten haben. Und ich beruhige mich. Hier sind die Sturm-Terminatoren, der Sturm-Terminator-Trupp oder Terminator-Sturm-Trupp. Da habe ich auch fünf Stück von. Ich kann ja manchmal gleich noch ein bisschen was über die Ausrüstung sagen. Und dann habe ich noch die normalen Terminatoren, ne, wie man sie so kennt. Und da habe ich mir jetzt was Neues bestellt. Und zwar den Cyclone oder Zyklon, wie auch immer, Raketenwerfer, den man hier oben anbringen kann, auf den Schultern, die auch immer. Auf der Rüstung oben. Ach ja, und hier noch ein Peilsender für die Sturm-Terminatoren. Ja, dann habe ich noch aus der Indominitus-Box, habe ich noch die Schwertkämpfer und den Judica. Und das war es jetzt erstmal. Ja, jetzt rede ich über die Bewaffnung. Also, muss ich eigentlich noch Tartaros und so sagen? Na ja, meine Tartaros, so hießen sie mal, da hatte der Käpt'n eine Plasma-Pistole und eine Ketten, eine Ketten-Faust? Ketten-Faust, ne? Ja, eine Ketten-Faust. Dann einen mit zwei Energie-Klauen, einen mit Ketten-Faust und Kombi-Bolter, einen mit Ketten-Faust und Kombi-Bolter. Und dann noch hier schön der Schnitter. Ja, bei den Katafrakti-Leuten hatte ich Kombi-Bolter und Energie... Nein, Quatsch, Ketten-Faust, ich... Ketten-Faust, ne? Kombi-Bolter und Ketten-Faust. Einmal Kombi-Bolter und Energie-Klaue. Zweimal Energie-Klaue. Kombi-Bolter und Energie-Klaue. Schwerer Flammenwerfer und Ketten-Faust. So. Ja, dann kommen wir zu den Terminatoren. Es ist immer so komisch, weil das... Meine Verlobte, die filmt das gerade und die denkt auch, ist ja verrückt. Aber sie spielt selbst Woheimer. Ja, dann haben wir hier die Sturm-Terminatoren. Da habe ich jetzt einen von den Scorn-Strikers in meinem Farbschema. Das ist eine Spezialfigur von der Heroes-Serie. Energie-Hammer und ein Sturmschild. Sturmschild kann man sich in Zukunft schon fast sparen, nach der neuen Änderung. Aber ja, er trägt es. Dann kommen wir zum eigentlichen Team. Der Sergeant hat ein Sturmschild und einen Energie-Hammer. Nächste Figur, Sturmschild und ein Energie-Hammer. Die beiden auch. Und der fünfte in der Runde hat zwei Energie-Klauen. Da kann ich dann entscheiden, wenn es soweit ist, wenn einer sterben soll, ist es er oder brauche ich ihn. Das kommt dann auf den Gegner an. So kann ich immerhin ein paar Punkte sparen. So, kommen wir zu den Terminatoren. Da hat Scheffe, ein Kombi-Bolter und ein Energieschwert. Dann habe ich einen mit einer, ich sage jetzt mal Gatling. Und dann der Rest auch wieder ganz normale Energie-Faust in einem Bolter. Standard-Set. Ja, das war's von diesen Truppen. Ja, die Kataphrakti und die Tartaros, ich meine natürlich die Relikt-Terminatoren. Plus einer, ein Terminator, der Kataphrakti-Captain und der Terminator-Captain. Die sind alle im Kavu-Style angemalt. Also im Style der Scornstrikers. Alles andere ist Schlumpf-Ultramarinen. Gut, kommen wir zur nächsten Abteilung. Hier haben wir dann die vorletzten Sachen. Ja, ich habe hier einmal den guten alten Gulliman. Robert Gilliman. Kalga mit der Victrix Honor Guard. Dann mich selbst. Kavu als Käpt'n in Gravesrüstung. Aber das kann man ja sagen, das ist jetzt die und die Figur. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber mir war ich mich selbst auch. Dann haben wir hier einmal den neuen, ja, Primaris-Captain mit dem Schild aus der Indomitus-Box. Was macht der denn hier? Weg. Und dann habe ich noch zwei Käpt'n selber gebaut. Das ist einmal noch Makavu in seiner vorherigen Rüstung. Ja, so Lore-technisch. Stell ich mal nach hinten. Und einmal einen Gefolgsmann von Kavu. Den werdet ihr vielleicht, wenn ihr das Hörbuch hört oder gehört habt, werdet ihr ihn vielleicht kennenlernen oder kennen. So. Könnte man zum Beispiel als Sikarius auch spielen. Dann kommen wir zu den Lieutenants. Da darfst du jetzt hin. Dann habe ich hier einmal einen selbstgebauten Lieutenant. Das war mal irgendeine Spezialfigur. Dann nochmal einen. Na gut, den habe ich nicht selbst gebaut. Das ist eine Spezialfigur. Das ist ein Lieutenant. Kann man auch als Sardis spielen. Dann habe ich hier noch einen Lieutenant. Das müsste eigentlich alles Primaris sein. Ja. Das ist alles Primaris. Nochmal so eine Spezialfigur. Und nochmal eine Spezialfigur. Ja und der aus der Indomitus Box. Also ich habe zwei davon selbst gebaut. Und das sind gekaufte Modelle. Ja, Flaggenträger. Ne? Bannerträger. Der aus der Indomitus Box. Und ja, ich habe viele Modelle davon noch nicht angemalt. Dann ein Ultramarine. Bannerträger. Oop. Ein Ensigned. Ein Ancient. Und einen Scornstrikers Ancient. Dann haben wir hier noch einen. Wie heißen die jetzt? Haben sie jetzt ja neu genannt. Heißen jetzt. Ein Librarian ist ja jetzt ein Skriptor. Und das ist ein. Ist ja egal. Ne? Und da habe ich hier Tigurius einmal. Ja und das ist ein schönes Statue, den habe ich selbst gebaut. Zeige ich euch auch gleich mal. Ja und dann habe ich hier natürlich den Buggy. Ja, den ich glaube ATV Quad Quad Spadron Gedöns. Und natürlich den Flitzer aus der Indomitus Box. Das Bike. Da habe ich bis jetzt mit dem Sargent fertig angemalt. Finde ich alles. So gute Truppen ist jetzt nichts dabei, wo ich sage. Wie heißt der? Skriptor. Nein, der Ordenspriester. Jetzt heißt er Ordenspriester und das ist der Skriptor. So, jetzt habe ich es. Hier haben wir die letzten Miniaturen. Da haben wir einmal den Contemptor Dreadnought. Der ist ganz schick geworden. Dann haben wir hier den Invictus, müsste er heißen, Kampfanzug. Oder das Stormtalent Gunship. Und noch den Repulsar Executioner Panzer. Und zu guter Letzt noch zwei kleine Projekte, die ich da noch nicht fertig habe. Aber, ja, ich habe vieles nicht fertig. Ich hätte nie gedacht, dass der Tag kommt. Weil man hört das ja immer. Diese ganzen Witze und so, ja, neue Minis kaufen, aber die fertigen noch nicht angemalt. Und so weiter und so fort. Jetzt ist es bei mir auch so, dass ich echt viel noch anmalen muss. Naja, womit sind die ausgestattet? Ja, hier kann man sehen, hier vorne die beiden Sturmbolter. Icarus Raketenmagazin, die schwere Plasma-Pistole und die Dreadnought-Hunt mit der Gateling. Wenn man es sehen kann. Dann haben wir hier den Invictus. Och Gott, frag mich nicht, wie die ganzen Waffen heißen. Auf jeden Fall, so ist er ausgestattet. Ich habe ihn so designt, dass die Waffe hier in der Hand ist. Man kann den ja auch so bauen, dass die Waffe am Gürtel in Anführungszeichen ist. Der ist im Scornstrikers Look, wie man es hier auch sehen kann. Das Coole ist, ich habe hier vorne von dem anderen Dreadnought das Teil, was übrig bleibt, hier vorne ran gebastelt. Weil ich das so cooler finde. Ist halt sinniger, ist halt geschützter, als wenn er das nicht hat. Ja, der Stormtalon, der ist noch nicht ganz fertig. Da bin ich noch nicht zufrieden. Vielleicht male ich den dann auch im Scornstrikers Schema. Da muss ich mal gucken. Das ist mir kaputt gegangen, das Glas. Da musste ich das bemalen. Da ist mir was drauf gefallen. Ja, und hier der Repulsor. Ich zähle natürlich nicht all seine Waffen auf. Da gibt es genug Memes von, dass der 50.000 Waffen hat. Und ja, so ist es halt. Das Schöne ist, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da steht auch ein Marine drin. Kann man sehen? Ganz dunkel. Da ist ein Fahrgast. Ja, und das hier sind meine kleinen Projekte, die ich noch habe. Das ist einmal rechts eine Art primaris Katafrakti-Hybrid mit Kombi-Waffe, Plasma und einer Kettenfaust. Und links daneben ein ganz normaler Intercessor. Warum zeige ich euch die? Weil ich die verchromt habe und danach habe ich drüber gemalt. Und das wollte ich mal ausprobieren, das klappt. Ja, wenn ihr wissen wollt, woher das hier ist, das könnt ihr auch für eure eigene Armee haben, wenn ihr ein Logo habt. Das ist ja meins. Dann guckt doch mal in die Videobeschreibung. Da habe ich noch den Link von TheQuartive. Ich glaube, man spricht so aus. Das ist ein Typ, der macht das zu Hause selber als eine kleine Firma. Und wenn ihr den unterstützen möchtet, gerade zu dieser Corona-Zeit, dann guckt da doch mal vorbei. Das sind echt coole Sachen. Ja, wenn ihr sonst noch wissen wollt, was ich sonst noch für Malprojekte habe oder welche Figuren auch immer. Ich habe hier zum Beispiel einen Tau. Dann habe ich hier von der Org-Fraktion etwas. Väterchen Nörgle ist auch vertreten. Und die Drukari. Ja, diese Einheiten, die habe ich zu Hause zur Verfügung. Und da kann man dann auch mal drüber reden. Oder auch, was auch sonst euch noch so interessiert. Lasst es mich einfach wissen. Schreibt viele Kommentare. Ich möchte gerne wissen, was ihr so macht. So kann man ins Gespräch kommen und ein bisschen agieren. Falls ihr Lust habt, euch untereinander ein bisschen besser auszutauschen als auf YouTube. Ich packe euch noch den Link von unserer Facebook-Gruppe da rein. Da kann man dann auch seine Projekte, die man angemalt hat, posten. Und darüber dann irgendwo reden, sich gegenseitig Tipps geben. Was auch immer. Ja, das war es von mir. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr es möchtet. Euer Kavo. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr es möchtet.